Hi, ich bin die Bea. Mein Modell heute ist auch jahrelange Kundin von mir. Wir haben schon alles Mögliche gemacht an Haarfarben und Strähnen, bis wir uns dazu entschlossen haben, die grauen Haare aber mal rauswachsen zu lassen. Viele Stars leben diesen Trend momentan ja auch vor und stehen zu ihrem grauen Haar. Ich werde heute mit ein paar wenigen farblichen Akzenten den Look aufpeppen, um das Grau einfach noch besser zu betonen. Zuerst teile ich mir die Haare ab. Ich setze die Strähnen am Oberkopf und beginne knapp unterhalb vom Wirbel. Mein Modell hat ein super schönes Naturgrau, daher webe ich meine Strähnen sehr fein aus. Ich möchte ihre Haare nicht abdecken, sondern betonen. Um ganz dicht an den Ansatz zu kommen, nehme ich die schmale Seite vom Pinsel und streiche die Farbe ein. Ich wechsle immer ab. Einmal ein Pastellblau und einmal ein Blauschwarz. Das Pastellblau habe ich mit einem Marineblau und einem Klierton hell gemischt. Am Oberkopf sollen die Strähnen verwischter fallen, darum setze ich die Strähnen diagonal. Nachdem die Farbe 30 Minuten eingewirkt hat, mache ich mit dem Schnitt weiter. Mein Modell trägt einen gestuften Bob. Heute werde ich ihn ausarbeiten, soften, pointen, etwas ausdünnen, hier und da etwas Stützhaare schneiden, damit die Haare einfach weicher und lockerer fallen. Ich arbeite mich vom Nackenbeginn über den ganzen Kopf durch und soffte meine Schnittlinien. Dadurch bekomme ich einen ganz weichen, fließenden Verlauf ohne Schnittkanten. Das ist vor allem bei ganz geradem Haar super wichtig. Damit der Nacken schmaler fällt, nehme ich mit der Scherenspitze Fülle. Hier gehe ich mit der Scherenspitze hinein und soffte Punkt für Punkt die Schnittlinie für einen weichen Verlauf. Damit sich mein Modell zu Hause beim Frisieren leichter tut, nehme ich Fülle und schneide Stützhaare. Das gibt Struktur und Leichtigkeit in die schweren, dicken Haare und macht sie einfach frisierbarer. Die Frisur hält besser und fällt schöner. Außerdem bringe ich meine ganz persönliche Note in den Schnitt. Das mache ich bei jedem Kunden und bei jeder Kundin anders, ganz individuell. Das mache ich bei jeder Kundin, ganz individuell. Das mache ich bei jedem Kunden und bei jeder Kundin, ganz individuell. Und dann gehe ich mit der Kantein, ganz individuell. Das mache ich bei jeden Tag. Bis zum nächsten Mal. Für das perfekte Frisuren-Finish achte ich jetzt schon beim Erstellen des Schnittes auf Proportionen, Typologie, Gesichtsform, Konturen, Wirbel und so weiter. Wie das Ganze später aussieht, zeige ich euch im nächsten Video. Vielen Dank.